Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Rocket League Online. Wir spielen 2 gegen 2. Und dieses Mal geht es schon wieder Actionreich los hier, wie ich da reingekämpft bin an der Kugel. Aber es passiert auch mehr, als nur immer die Rettungen machen. Ja, leicht berührt. Schade. Jetzt habe ich zwar einen Turbo, ob das auch was bringt. Nein! Nein! Weg damit! Glanzparade! So! Hau sie rein! Nein! Jetzt bin ich zu dusselig, um die Kugel noch reinzuschieben. Das gibt es doch gar nicht. Ärger mich. Zuerst der Glanzparade, dann der Konter und dann... Das daneben. Dann die Kugel habe ich daneben geschossen. Ja gut, das kann mal passieren. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, 1-0! Sehr wichtig. Ich kriege da eine Wow auf jeden Fall. Zuerst habe ich gedacht, ein Tor, dann kommt er her und er macht ihn rein. Sehr, sehr gut. Und los geht's! Boah! Die Kugel fliegt aber weit. Der ist AFK. Auch nicht schlecht. Gut für uns. Ah, nein, was machst du? Nein, das mache ich! Flanke, Flanke, Flanke! Bam! 2-0! Da habe ich nur noch die Kugel reinschieben müssen. Aber wenn da keiner jetzt mehr hingekommen wäre, dann wäre die Kugel gar nicht reingegangen. Da musste ich nur ein kleines bisschen reinschieben. Hat gepasst. Tor. Ja, super. Habe ich eigentlich ein Tor gemacht? Was ich auch in dieser Folge, ja, wollte. Wollte ja einen Treffer machen. Da wollen wir da einen Turbo. Einen Turbo-Gang. Bam! Weg! Weg damit! Weg damit! Oder gibt es die Vorlage? Schade, Pfosten! War daneben. Wäre aber noch knapp geworden. Der hat, glaube ich, gar keinen Turbo mehr. Was machen die? Also egal, ist nicht mein Team. Boah! Jetzt schubsen sie mich wieder. Er macht ihn rein. Nein, abgefälscht! Das war aber echt wieder knapp. Boah! Da schleudert es mich weg. Die Kugel kommt. Sehr gut. Boah, beinahe ein Tor. Ich hätte ihn schon drin gesehen. Die Kugel, mein Hin und Her. Jetzt kommt sie wieder sehr gut. Nein! War nicht so ein guter Plan. Turbo habe ich. 100%. Die Kugel kommt. Nein, das war ich denn da. Aber jetzt ist sie eine Flanke kümmert draus, Mann. Die kommt aber doch noch sehr gut. Nein, schade. Jetzt aber. Ja, 3-0. Ja, kann man lassen, den Treffer. Man muss ja bei dem Treffer auch nicht viel machen, was ich eigentlich sagen muss. Ich glaube, die Gegner sind fertig. Die können nichts mehr. Schätze ich mal. Wenn ich das gewusst hätte, dass keiner reingegangen wäre, wäre ich noch gerade ausschießen können. So, jetzt schiebe ich den einfach rein. Ja, Vorlage. Die Kugel wäre auch noch so reingegangen. Ich wollte es ein bisschen, ja, kunstvoller machen. Aber er schiebt den noch rein. 4-0, yeah. Da läuft es ja richtig. Boah. Ich habe gedacht, die Gegner machen hier nichts mehr. Schade. Tatsächlich ein Tor machen können. Und kommt der... Ja, jetzt geht er auch weg. Ich will den Treffer. Nein. Ein 5-0 wäre jetzt nicht schlecht. Die Kugel kam mir so gut einfach an. Ich weiß nicht, ich wollte irgendwie so ein Kunststück machen, mal wieder. Sehr gut, der hat ihn weggehauen. Letztes den Konter. Ich glaube, der hat gar keinen Turbo mehr. Bam. Jetzt aber. Ah, die Kugel kam so schön. Nein. Ah, viel zu weit. Boah, viel zu weit einfach. Nur eine Minute. Dann haben wir gewonnen. Ich glaube nicht mehr, dass die was, ja, leise noch werden. Jetzt. Aber. Nein. Ich gebe es zu, ich hätte es besser machen müssen. Oder können. Nein. Boah. Knapp. Mal wieder. Boah, der kam da so angeflogen. Hätte mich auch schon fast gewundert. 30 Sekunden. Ich wäre auch noch dort erinnert gewesen. Als was der den Ball nicht bekommen hätte. Vor der Linie. Er geht rein. Tor 5-0. Da schauen wir gerne die Wiederholungen an. Gerade wenn es mein Treffer ist. Sehr schön. Da kommt er geleitet. Rollt noch rein. Die Gegner machen einfach nicht viel. Das ist gerade recht für uns natürlich. Da müssen wir nicht so viel denken. Wie man den Treffer sonst reinkriegt. Hier haben wir es mit dem Ball nur reinrollen lassen. Er ist eigentlich geschickt. Und er ist noch drin. Das müsste ein deutsches sein, wenn der Gerd dort steht. Gervin. Ja, der war toll. Kann man auch mal lassen. Verdient. Dass wir es ins Eintor haben. Die 7 Sekunden haben wir richtig gut. Da passiert nicht mehr viel. Ben. Weg damit. Boah. Yeah. Sieg. Flammenaufgeber. Cool. Ja, ich hoffe die Runde hat euch gefallen. Es war, ja. Ein gutes Team. Teamwerk von uns. Die Gegner waren etwas schlecht. Aber so ist es. Und danke schön für's Zuschauen. Wir sehen uns an der nächsten Folge. Let's play Rocket League Online. Bis dann, Leute. Ciao.